so jetzt holen wir noch kurz einen weiteren bonus ich weiß nicht wie es gerade bei euch ist, ich mache gerade Führerschein richtig beef mit meiner Fahrlehrerin, die denkt einfach, sie ist die größte und alles andere sind Bobs ihr müsst wissen, ich kann jetzt schon ganz gut fahren ich habe jetzt schon ein paar Stunden auf dem Buckel ich kriege noch einiges ich kriege noch einiges ja, es ist schon wahr, aber was hätte ich denn machen sollen ja, sorry so jo, killen die Schweine mich einfach in dieser angeblichen Savezone oh, Sekunde so, und herzlich willkommen meine Farm ist fertig und erzähl doch mal, was man hier findet was macht der? ja, wieso lasst mein Ding keine XP ich werde noch nicht level abgucken ich habe dir Bob geholfen geholfen weil so ein Spastel dann sieht man einfach mal, dass es einfach so viel Spasten gibt einfach keinen Plan von dem Spiel haben da hat eben, ist er gestorben über Slow Life so, egal aber weiter das ist teilweise das Neunfache was ich gegenüber ja, gegenüber dem Normalen gemacht habe vor am Anfang mit MSK aber so macht man das einfach überall 15 15 ein Monster drinnen läuft es nämlich problemlos hast du überhaupt keine Probleme mit und dann kannst du auch relativ gut Perlen farmen jo, eine weiße Perle nicest Ding kann ich den nicht aufheben jo, und es geht schon weiter alter Slug gerade, Sekunde und der nächste ist da den machen wir auch relativ easy runter und es ist halt jetzt hier echt extrem farm für def habe ich 640 sehe der ja reicht, perfekt braucht gar nicht mehr ok ohne Aura dauert es mache ich nur noch 6k glaube ich so 5,5 aber ich mache halt auch nicht jeden Crit also wenn ich das hier noch mit Buff machen würde dann würde es ganz andere Dimension erreichen das kann ich euch aber sagen so heben wir mal alle Helme kurz auf Orca putzen so das sind die interessanten Sachen keine Ahnung was jetzt so wirklich interessant ist ich nehme halt einfach mal mit was ich so brauche was halt ich denke was ich brauchen könnte eine Orca putze ah dies ging ok wir gucken was so ein Ding auf dem Marktwert ist weil ich ja festgestellt habe dass es eigentlich keinen richtigen Wert gibt auf dem Markt da alles doch durch Young kurz an Wert halt verliert aber ich bin auf mein DMG sehr stolz muss ich sagen brauche ich nichts wären nur die Perlen eigentlich den Rest kann man sich ja dauernd trocken so und es gibt halt auch ordentlich Bargeld nebenher der positive Nebeneffekt den ich nicht als selbstverständlich sehe und schätze aber mir scheint es so wie wenn ich hier der einzige Level 55er sei ich glaube das Level ist hier nicht so wirklich von Bedeutung nein der droppt ja genauso wie ich fast wow das war knapp hey so ah ok also den brauche ich nicht den kann ich letztlich aussortieren was macht der hä hat der jetzt eben hat der sich eben getarnt was für ein Spastel es hat doch so viele so will der den haben und mir so ein Spastel einfach nur oh ich hasse solche Leute jetzt muss ich warten bis mein Ding wieder da ist weil ich keinen Bock habe mich auszulocken es gab mal einen YouTuber der das dort unnötig relativ bekannt gemacht hat und in diesem Fall ist es total unnötig total ja und hat es jetzt hier genügend zur Auswahl so ist ein anderer ist hier der Full Death wow 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 das ist heftig die ziehen was weg da sag ich euch na ich glaube ich brauche die Sachen echt nicht mehr alle aufheben ich heb jetzt ruhig noch Perlen auf der Rest ist eigentlich uninteressant glaube ich hä hab ich jetzt wieder zurückgelaufen ne hier kommt ja auch nicht weiter da geht es ja auch nicht weiter hm ich bin wohl falsch rumgelaufen hier oben musst du weiter gehen ne ne hier geht es auch nicht ah ok ok ich glaube ich weiß wo ich bin glaube ich zumindest äh ähm ich mach mal von diesem Mittelschiff runter und ne da unten geht es wieder da hinten zurück egal jetzt Steine dann mach ich mal die kurz und es regnet und es regnet draußen was ich richtig erkannt habe und es regnet und es regnet draußen was ich richtig erkannt habe es gibt es auch gar nicht es hat hier unten bei uns am Ende ist ein Grad minus ein Grad und es regnet es kann nur so sein dass es oben kälter ist als hier und es dann dadurch bedingt hier unten regnet aber was für ein Schwachsinn ja das ist halt das Wetter kannste nichts dran ändern und jo nachher kommt ein Let's Play Together mit habe ich jetzt hier nicht beim anderen habe ich den als Kumpel der hat mir letztes Mal ne ne super Form S geschenkt boah gleich zwei Perlen ähm auf ähm hieß es selber ähm CL Argon CL2 Argon und hat mir ne super Form S geschenkt und ja fand ich super nett damals als ich Masu gemacht habe und ja deswegen auf jeden Fall jederzeit gerne Let's Play Together immer und jo das ist ne lustige Sache mit so mehr macht es eh mehr Spaß und von daher läuft es schon gut jetzt kloppe ich hier noch ein bisschen und dann kommt nachher also jetzt kommt eine neue Staffel oder mal gucken wie ich das alles zusammen pack ich muss ja noch was rendern und ja alles mögliche machen Sekunde ich switch kurz rüber so es geht einfach so schnell wie man hier einfach 300kk fast hat oh oh nein wow das war mal wieder echt knapp man muss bedenken ich hab hier nicht viel Death aber nehme hier ordentlich was raus Alter wir kommen dann noch so dann mach ich jetzt hier an der Stelle einen Cut und sag dann tschüss bis nachher das was haben